Geht's n' alles, ne? Hallo Lemmy. Ja, was ein Tag und alles. Ja. Wow. Hallo Opa. Die letzte Schanze? Fährst du jetzt Ski? Achso. Ja, dann gute Nacht. Fährst du jetzt Ski? Ja, mach das, ne? Mach das. Gute Nacht. Tschüss. Ei, ei, ei. Was hast du so geübt für dein Auftritt? Gar nix. Bei mir ist es schlimm. Ja? Die sollen eine halbe Stunde Programm machen. Ja? Eine halbe Stunde? Äh. Was willst du denn spielen? Ja, weiß ich ja nicht. Irgendwelche Lieder hast du ja wohl... Ja, aber die vergesse ich alle. Okay. Äh, nee. Nächste Woche. Ach mein Gott. Ich trinke jetzt was, weißt du? Willst du was vorspielen? Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin, gucke. Mein Telefon klingelt. Hallo Harald! Ach Mensch, Dankeschön, euch auch! Ja, tut es doch immer, weißt du? Ja, ach, das wird schon. Ja, sicher. Ja, der ist schon rum seit 48 Minuten. Achso. Ja, dann viel Spaß euch beiden. Tschüss. Ich glaube, Harald hat ein schlechtes Gewissen. Warum? Er ruft dann immer nachts an, ne? Mich hat er noch nie nachts angerufen. Echt, Harald ist so einer, ne der macht immer und bevor er ins Bett geht, dann will er nochmal alles klar stimmen. Oh. Geht der jetzt schlafen, ja oder? Ja, der geht jetzt schlafen, der hat Opa mitgenommen. Ja. 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 Oh oh, ich glaube das kann ich aufschreiben. Ja, find ich gut, das passt auch ganz. Ich fand's gut. Oder? Ist doch gut. Ne fand ich gut, fand ich sehr gut. Ich denke schon. Hmm. Ja. Gucken wir mal. Was denn noch kommt? Bestimmt. Bestimmt. Boah, das ist... Traurig zählt. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn? Das Auto. Was ist damit? Das ist ja schon dreimal rumgefahren. Alles Taxi-Lum-Hallo? Hallöchen! Der da groß, ich bräuchte einmal einen Tag...